Es kommt ein Schiff geladen, bis dann sein höchsten Brot. Trägt noch das Sohn und Lagen, es fragt das Himmelsbrot. Das Schiff liegt still im Tiger, es brengt ein teuren Los. Doch Segel ist die Wege, der Heiligkeitsgeist der Mars. Der an der Haft auf der Erde, da ist das Schiff am Land. Das kommt in Freischungswerden, der so bis uns gesandt. Zu Bethlehem bewohren, im Stall ein Kinderlein. Gibt sich für uns gelogen, gelobet muss es sein. Gibt sich für uns gelogen, bis uns gelogen. Vielen Dank.